Dieses Narrativ, das wird jetzt schon die ganze Zeit gesponnen und trotzdem, du hast gerade gesagt, man weiß auch in Russland, was jetzt die Probleme sind. Ist das tatsächlich nur in den Eliten so oder merken die Menschen auch immer mehr, dass es keine Erfolge aus der Ukraine gibt? Noch dazu die Teilmobilmachung, die ja sowieso schon für Unruhen innerhalb der Bevölkerung gesorgt haben. Was bedeutet das alles für die Stellung von Putin selbst in seinem Land? Ja, Wladimir Putin, der hat da schon noch die Fäden in der Hand, unangefochten, also wenn man dann immer davon spricht, dass seine Macht erodiert oder schwindet oder schon geringfügig ist, dann ist da häufig der Wunschvater des Gedanken im Westen. Also ich kann nicht erkennen, dass Putin wackelt, nach wie vor nicht, aber die Berichte, die vor allem von den Einflussreichen, ich möchte schon fast sagen, mächtigen Kriegsreportern kommen vor allem über Telegram, diesen Messenger. Die sind schon sehr kritisch und dann äußern sich ja auch Männer, die eine große Bedeutung hier haben, wie Ramzan Kadyrov, der Tschetschenenführer oder der Chef, der Wagner-Söldner. Die äußern sich da auch äußerst kritisch in Bezug auf die Armeeführung, in Bezug auf die Generäle. Und das ist schon neu, dass man also jetzt hier tatsächlich große Unzufriedenheit auch sieht in den Medien und natürlich auch bei der Bevölkerung, vor allem bei den Menschen, die direkte Mitleidenschaft gezogen werden durch diese Teilmobilmachung und deren Angehörige in den Krieg müssen. Also all das ist eine sehr, sehr ungute Stimmung, um das vorsichtig zu formulieren in Russland. Aber wenn man jetzt schon sagt, dass die Russen sozusagen diesen Krieg schon verloren haben, da wäre ich sehr vorsichtig, denn es ist nicht auszuschließen, dass sie zurückkommen, dass sie sich fangen und dass sie auch aufrüsten und das auch mit Erfolg tun. Und das kann natürlich auch passieren. Deswegen sollte man vorsichtig beobachten und da nicht voreilig jetzt irgendwelche Schlüsse ziehen. Christoph Wanner, vielen herzlichen Dank nach Moskau. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken. Die Anleitung dazu, die Bombe 453-145-145 bin. 办.